Ich nehm keine Privatperson auf, ich will das nur dokumentieren, was hier abläuft. Sorry. Können wir das sehen? Donnerstep 3.2.11.20. Dann einmal hier vorne links bitte. Darf ich dich aufnehmen? Das geht dann, das ist ja ein Wartenschutz. Du gehst aber in den öffentlichen Raum hier und da darf man für dich. Ich frage dich nur aus Gefälligkeit, aus Höflichkeit. Also man hat hier drei Gegel und man darf hier nur geimpft rein. Mit Maske nehme ich an. Richtig, geimpft, getestet oder genesen. Ich mach das so, in seinen Kopf nicht. Oder genesen. Wenn man nicht krank war, wie gilt das denn als genesen oder was ist das? Man braucht keinen Nachweis, dass man entweder geimpft, getestet oder genesen ist. Das ist ja von der Regierung so. Die Regeln machen die ja nicht mehr. Nein, nein, da darf ihr nichts mehr tun, ist ja klar. Ich will das nur dokumentieren, weil... Termin haben Sie? Darf ich den mal bitte sehen? Ja, schön, dann haben wir das auch mal dokumentiert. Was hier abgeht. Danke dann für deine Hilfe. Vielen Dank. Vielen Dank.